Wir haben eine vielfältige, interessante Gemeinde mit vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind stadtnahe, haben viel Verkehr und eine gute öffentliche Anbindung. Trotzdem ein sehr schönes Nachholungsgebiet. Zu diesem müssen wir Sorge tragen. Natürlich auch viele komplexe alltägliche Themen. Wir haben viele unterschiedliche soziale Schichten. Das Lenken braucht Effizienz, Vertrauen und Sachverstand. Das würde ich mit Tobias Diener sehr gut sehen.